Hallo, ich bin Lu von Smith Toys. Heute zeige ich euch meinen Freund Cody, ein echter Künstler. Schalten wir ihn ein. Der hat ja ein echtes Gesicht. Bei Cody sind 15 Chipkarten dabei. Guckt mal, es gibt Giraffen und Häuser. Mit den Chipkarten kann Cody selber malen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Den Stift nehmen und ihm in die Hand geben. Die Insel malen wir. Einfach in den Rucksack stecken. I steht für Insel. Lass uns zeichnen. Und los geht's. Er zeichnet ganz von alleine. Malt er einen Vulkan auf einer Insel. Eine Vulkaninsel. Wie gut er zeichnen kann. Jetzt seid ihr dran mit weitermalen. Cody kann echt viele verschiedene Sachen malen. Cody könnt ihr auch eigene Codes machen. Im Heft ist alles erklärt. Ich mach mal eine Treppe. Cody aufs Blatt stellen. Einfach auf die Pfeile drücken. Rot, blau, rot, blau. Und dann auf los drücken. Wow, das ist ja so interessant. Cool, die Treppe ist fertig. Jetzt seid ihr dran. Im Heft sind noch ganz viele Beispiele von leicht bis schwer. Für jeden ist was dabei. Cody und ganz viele von VTech gibt's ab jetzt bei Smith Toys. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, gebt uns ein Like und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Smith Toys Superstoß. Smith Toys Superstoß. Smith Toys Superstoß.